Ja. Ach nö, was ist das denn für ein Scheiß? Oh, das ist jetzt zu hoch, das ist das nicht akzeptiert. Ich weiß das nicht, du. Weil das ist ja, ist doch drin. Oder weil es nicht in der Mitte des Fundaments steht. Ich weiß nicht. Aber wenn wir das abreißen, ist bestimmt die Wand weg. Oder? Ja, da ist ja die ganze Wand dran. Das könnte sein, ja. Ja, da wird die Wand weg sein. Na gut, oder wir bauen das wirklich zurück und gehen auf der Ebene, wo wir jetzt die Leiter haben, rein. Ja, das wäre das einfachste wahrscheinlich. Aber das ist auch kacke, wir verlieren ja dabei die ganzen Sachen, ne? Wir kriegen ein Teil wieder zurück, aber nicht einfach. Ja, das ist es ja. Die Hälfte, wenn ich das richtig sehe. Geh weg. Geh weg. Toll, was ist das denn jetzt? Danke. Toll, ich komme wieder. Ja. Kriegst du das da oben anvisiert? Oder was ist passiert, wenn man oben die Decke abzieht? Aber dann geht es wahrscheinlich nur kaputt, wir kriegen das Zeug nicht wieder. Das könnte sein, ich weiß es aber nicht. Ich krieg's nicht. Na, wir kriegen es ja eh nicht irgendwie. Ich teste das mal, wenn ich oben die eine abbau. Ja, aber ich geh mal beiseite. Wenn ich das alles auf den Kopf kriege. Ehe. Ehe. Ehi, 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 ehi. Was ein Scheißstress hier. Dann mach erstmal die zwei Wände noch ab, die da dran sind. Jawoll. Drei sind es ja sogar. Okay. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Huah. Ja. Okay. Oh. Oh, der ist runterfällt. Da hab ich die Wände vergessen. Egal. Ich schmeiß mal was runter. Warte mal. Ja. Ich spinn voll. Haha. Warte mal. Oh ja. Warte nicht so schnell. Ah Mist. Jetzt hab ich das verkehrt gemacht. Was denn? Ich muss ja erstmal hier abgeißen ein bisschen. Ja. Ich tu das mal ein bisschen in die Karie stecken. Ja. Ich tu das mal ein bisschen in die Karie stecken. Na. Boah. Man fällt da runter. Tatsächlich. Ich hab keine scheiß Öffnung. Warte mal. Du brauchst eine scheiß Öffnung. Oder eine Platte. Kann ich hier eine Platte hin machen? Okay. Muss ich machen. Schmeiß gleich wieder sein. Sachen runter. Ja. Oh ja. Vorsicht. Ich fange. Oh das wird aber fies jetzt hier. Na wenn es nicht geht dann reißt du es von unten weg. Keinen Schaden bekommen. Okay. Ja man kann hier einfach nicht. Ich müsste immer wieder. Na doch. Warte mal. Oh. Alter. Das mit dem Abreiß ist auch nervig. Dass man immer warten muss ey. Ja. Oh. Boah. Schmeiß gleich wieder was Sachen runter. Ja. Erstmal vorsichtig guck guck. Eins. Zwei. Da. Ja. Das ist besser. Kari ist voll. Na du hast doch noch Flash. Ja. Also sie ist ganz voll. Sie kann nicht noch mal laufen. Nein du kannst jetzt nur noch wie anfangen. Ah ne wir müssen noch mal gucken. Was wir brauchen überhaupt dann. Ja. 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 Wie viele Decken hat sie noch drin überhaupt. Moment. Decken 38. Na da muss ich ein paar nachbauen wahrscheinlich ja. Vorsicht. Schmeißt du was? Ja. Du nicht da oder was? Ich bin auf dem Weg wieder. Ah da bist du ja ok. So. Jetzt haben wir nicht mehr so weit. Ach die hätte ich ja lassen können. Die hier vorne. Mist. Ja. Ja. Die müssen aber weg. So. Weil hier machen wir ja weiter. Ja. Kann hier nicht gesetzt werden. Ja ich guck gerade. Also wahrscheinlich wegen der Leiter oder was? Das könnte sogar sein. Kann ich mal die Leiter wegnehmen. Warte ich komm da auch ran. Ok. Probier jetzt mal. Ne ich glaub wegen der Wand eher. Ok. Ist versperrt. Aber die Wand daneben ist es auch noch. Die andere. Kriegst du sie erwischt? Letzter. Ja. Aber hier ist genau das gleiche wieder mit Fundament. Na da probieren wir das mal. Bevor wir jetzt weitermachen. Na warte ich kann ja. Ich hab jetzt noch. Wie viel brauch ich denn? Wie tief ist es denn? Oh. Ich würde mal vielleicht auch schätzen 3. Ah warte mal. Ich glaub ich weiß wie das gemacht werden muss. Das hört sich ja bescheuert an. Aber ich glaube. Man muss da unten. das Fundament 6 sitzen. Und dann hoch bauen. Beides ist was das Fundament gemacht. Andersrum einfach. Ja ja. Ich glaub das geht andersrum. Was geht mir denn dafür? Stein. Überall. Da. Na. Kann gut sein dass jetzt. Boah ey. Duck. Babababababababa. Bababababababa. Babababababa. 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 Ich brauch sowieso wieder mit noch mehr Steinen. Das hätte wahrscheinlich dahin gemusst. Direkt vielleicht. Mal schauen. Ich teste das mal. Mal gucken, ob sie es vielleicht auch damit verbindet und dann vielleicht erkennt das das System. Mal schauen. Steinfall kann ich gesetzt werden, ist versperrt. Ach komm ey. Das muss man alles so vorbauen, dass es zusammenpasst. Das heißt man kann den Turm gar nicht nutzen dafür. Oder wir gehen nach vorne weg. Das heißt wir können nicht nach hinten weg, wir müssen nach vorne raus. Ja, das könnte man auch machen. Na gut, kriegst du von unten das abgerissenes Säule? Ja. Dann reiß ich erst mal hier den Stein da wieder ab. Aber das war mein Kopf. Na. Das ist dieses komische Ding da auf. Andi, die kann walben. Die muss weg. Du musst mal mit ein paar Wänden hochkommen. Ja. Hm. Vielleicht mit ein bisschen Platz. Oder ich baue kurz. Ah, dann würde ich vorschlagen, dass wir definitiv nach da weggehen. Ja, komm mal hoch, dann zeig ich dir das. So, hier hinten muss dicht. So. Ähm, entweder machen wir es hier wieder so als kleinen Gang und gehen einen raus und dann kommt die Plattform und wir machen das direkt als Plattform. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, fast schon einen eher raus. Wie also nochmal hier ein 3 dran. Also hier ran und dann jeweils 5. Also da 2, da 2. Ja. Weil wenn wir das vielleicht hier haben wir nachher wieder was irgendwo versperrt. oder da drüben. Und da müsst ihr die Wand auch nicht wegreißen, weißt du. Also ich meine, theoretisch denn, da längs, da längs. So. Da merkt er jetzt natürlich wieder, weil hier natürlich nichts ist. Jetzt weiß ich jetzt nicht, muss jetzt hier eine Säule ran? Hier mal, hier kommt ja auch wieder eine Wand hin, ne? Ja, genau. Doch, doch. Da, da. Genau. So. Und hier wäre nachher auch eine Wand. Aber ich weiß nicht, wie das mit einem Fundament funzen soll. Ob ich jetzt erst das Fundament von unten setzen muss? Ich vermute mal. Ich würde von oben eher anfangen. Weil du weißt doch gar nicht, wo das genau unten hin muss. Geh mal weg. Ich krieg das aber nicht nach unten gesetzt, wenn ich hier drin bin. Der sitzt das mir nicht nach unten. Ich will auch mal so ein Teil bauen. Ich glaube man muss vom Fundament machen und vom Fundament aus hoch. Ne, Fundamente musst du da nicht machen. Doch. Da steht ja extra drauf, dass es auf dem Fundament steht. Ne, muss man nicht machen? Eigentlich nicht. Hm. Es guckt sehr weiter. Oder ob du von draußen? Ja, ja, von draußen. Da müssen wir erstmal eine Wand hier einreißen. Dann können wir immer wieder rein raus laufen, so. Ja. Äh, von... Ja, von unten kriege ich das hin, ja. Aber es guckt auch sehr... Es guckt bis zur Hälfte durch, glaube ich. Weiß es nicht. Auf dem Boden kann man es setzen, ja. Hast du schon recht. Hast du noch was? Ja. Einen kann ich noch bauen? Ich hab noch, aber... Ach so, ja mach mal. Hast du noch einen? Ja. Dann mach mal hin. So. Dann probieren wir mal, ob du was ran bauen kannst. Ja. Warte. Ah ja, tatsächlich. Jetzt geht's. Jetzt geht's auch einen noch dahin. Das, was wir brauchen. Ja. Ja. So. Das eine lassen wir mal hier offen. Aber die ist krass, also die ist ziemlich hoch jetzt die hier. Was? Na hier, wenn du jetzt hochkommst, da kannst du nicht mehr durchlaufen. Da kannst du nicht mehr durchlaufen aktuell. Oh ne. Scheiße. Ne, wieso ist ja nicht so schlimm, wenn das da ist. Und auch dann hier ist. Da haben wir in der Mitte immer noch einen frei. Da konnte ich bis jetzt so bauen. Ähm. Und so kommt ein Fundament irgendwie an die Seite nochmal. Und das die wir heute raus müssen. Ja. Gucken wir mal. Beim nächsten Mal, wir sind sowieso durch. Ja. Ist schon wieder um die Zeit. Ist denn schon so spät? Da, da. Na ja. Können auch eigentlich stehen bleiben, oder? Ähm. Dann werden wir beim nächsten Mal. Oder sollen wir zum Haus schnell? Naja. Zumindest hier rein, so. Okay. Hans Hase. Ich lege mich hier bei Spike hin. Du legst dich da? Okay. Mach das. Willst du nochmal Schüssikowski oder so sagen? Ja, Tschüssikowski. Yeah. Schüssikowski. Ja, liebe Leute. Das war's denn heute mit der ARC-Folge. Wir haben einmal den Spike dazu bekommen und den Yugi. Oder Yugi und Spike. Je nachdem, wer mal sehen möchte. Ist vollkommen egal. Ähm. Wir haben ein bisschen Stein gesammelt, was aber schon wieder vieles kaputt gegangen ist. Weil wir diese Plattform gerne für die beiden machen wollen. Was ein bisschen zu hoch geplant war. Naja. Jetzt müssen wir's alles ein bisschen kleiner planen und nach unten planen. Aber gut. Das kriegen wir auch noch geregelt irgendwie beim nächsten Mal denn. Ich schaffe es hat euch Spaß gemacht euch gefallen zuzuschauen. Wir sind immer fleißig dabei. Uns hat auch Spaß gemacht. Jedenfalls. Danke schön fürs Zuschauen. Danke schön für eure Abos, für Likes, für alles was dazugehört. Danke, danke, danke. Wir sehen uns in den Livestreams. Das wisst ihr ja. Hat einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao, ciao.